2024 sind Ausgaben in Höhe von 476,8 Milliarden Euro vorgesehen. Vorerst geplant sind neue Kredite in Höhe von rund 39 Milliarden Euro. Damit würde die Schuldenbremse erstmals seit Corona wieder eingehalten. Der mit Abstand größte Etat ist Arbeit und Soziales, mit Ausgaben von rund 175,6 Milliarden Euro. Davon gehen große Teile in die Rentenversicherung. Dazu kommen zum Beispiel Ausgaben für das Bürgergeld. Es folgen das Verteidigungsministerium und das Ministerium für Digitales und Verkehr. Im Gesundheitsministerium liegen die größten Einsparungen verglichen mit dem Vorjahr, weil viele Corona-Ausgaben wegfallen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts begann ein Streichkonzert, denn es war ein Milliardenloch entstanden. Die Folge der ganze Haushalt musste komplett neu durchgerechnet werden. Es wurde ein Pokern um die einzelnen Posten. Alle Ministerien meldeten ihre Wünsche an und begehrten auf. Die Opposition übte heftige Kritik. Bewegte Wochen in Berlin, die in der Haushaltsdebatte im Bundestag zum Ausdruck kamen. In einer Redeschlacht. Selten war um einen Haushalt so lange gerungen worden, selten so lange gerechnet. Da meinte man bei vielen Rednern der Ampel geradezu einen Stoßseufzer zu hören. Umso wichtiger ist es heute sagen zu können, ab heute hat dieses Land wieder einen verfassungskonformen Haushalt, der Planungs- und Investitionssicherheit gibt. Die Union habe sich geweigert, konstruktiv mitzuarbeiten, so der Vorwurf aus der Ampel. Ein Blick in die Kristallkugel. Wenn Sie mal wieder in der Regierung sind, in der Opposition können Sie ja alles gerne kritisieren. Dann werden Sie uns, glaube ich, auch dankbar sein, dass wir jetzt damit aufgehört haben, alle Probleme in die Zukunft zu verschieben. Auch die Schuldenbremse wird immer wieder thematisiert. SPD und Grüne wollen sie verändern. Die FDP macht nicht mit. Es müsse beim Grundsatz bleiben. Dass laufende Ausgaben auch mit laufenden Einnahmen gedeckt werden. Es geht darum, seine Probleme mit seinen finanziellen Ressourcen zu meistern. Die AfD beklagt im Rückblick die Ausgaben etwa während der Corona-Krise oder für die Unterstützung der Ukraine. Und obwohl der Großteil davon, von all diesen Punkten, an der Schuldenbremse vorbei aufgenommen wurde, real und zinstragend sind diese Schulden für den deutschen Steuerzahler dennoch. Auch die Kürzungen für die Bauern sind zum Schluss nochmal Thema. Ohne Landwirten einen adäquaten Ersatz zu bieten, schlägt am Ende der Tage dem Fass den Boden aus. Ein Last-Minute-Antrag der Union zur Rücknahme der Kürzungen wird abgelehnt, der Haushalt als Ganzes angenommen. Der Bundesrat will über die Agrarsubventionen nochmal verhandeln. Nicht nur die Union, sondern auch SPD-geführte Bundesländer sehen Beratungsbedarf. Das Gesetz über die geplanten Kürzungen kann allerdings nicht abgelehnt, sondern nur verzögert werden.